Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 21. April Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt morgen war, stand Jesus am Ufer. Johannes 21, Vers 3 und 4 Kennen wir die Tiefpunkte im Leben? Petrus und seine Freunde waren an einem Tiefpunkt angekommen. Ja, zuerst als sie hörten und sahen, dass Jesus von den Toten auferstanden war, fühlte Freude ihr Herz. Aber dann folgten stille Tage und David Petrus nachgedacht haben. Die Nachfolge hinter Jesus her ist nichts für mich, rauen Fischer. Also zurück in den alten Fischerberuf. Dabei war es sicher sehr dunkel in seinem Herzen. Und dann kam eine Nacht, in der es noch viel dunkler wurde. In derselben Nacht fingen sie nichts. Wir sehen den starken Mann, wie er verbissen immer und immer wieder das Netz auslässt. Immer vergeblich. Ja, lachte Petrus verzweifelt. Und es ist Hohn gegen sich selbst in dem Lachen. Zurück in den alten Fischerberuf. Aber nun ist es damit auch nichts. Ich bin und bleibe ungesegnet. Nacht ohne Sterne Vielleicht stand die Erinnerung an große Zeiten vor seiner Seele auf. Wie er bekannt hatte. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hatte ihn Felsen genannt. Ach, was bin ich für ein Fels. Das ist Tiefpunkt, wo man sich ausgeschlossen sieht, vom Reich Gottes und obendrein alles im Irdischen misslingt. Das erlebte nicht nur Petrus. Wir alle kennen wohl solche Tiefpunkte. Aber gerade jetzt heißt es, Da stand Jesus am Ufer. Die Jünger sahen ihn noch nicht. Und hinterher erkannten sie ihn nicht. Aber er ist da. Und von dieser Treue unseres Erlösers leben wir Christen. Dass er uns nicht lässt. Herr, mache an uns dein Wort wahr. Niemand soll meine Schafe aus meiner Hand reißen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos. Somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. 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 Jesus Christus segne dich.